Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer heutigen Episode über das Thema Diät machen. Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Kennst du vielleicht verschiedene Diäten? Wir werden heute alles zum Thema Diäten besprechen. Also bleib dran! Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren und ihn mit deinen Freunden teilen könntest. Falls du das Transkript zu dieser Episode haben möchtest, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort findest du alle Transkripte zu allen Videos und Episoden. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit der Episode. Episode 119 – Diät machen Warum eine Diät? Viele Menschen wollen gesund leben und sich wohlfühlen. Eine Diät kann dabei helfen, das Gewicht zu reduzieren und die Gesundheit zu verbessern. Bei einer Diät ist ist man weniger ungesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Süßigkeiten und Fastfood. Man kann zum Beispiel weniger Zucker und Fett essen. Stattdessen isst man mehr Obst und Gemüse, weil sie viele Vitamine enthalten. Das ist gut für den Körper und gibt viel Energie für den Tag. Verschiedene Diäten. Es gibt viele verschiedene Diäten und jeder kann die passende für sich finden. Einige Menschen essen nur bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel die Low-Carb-Diät, bei der man auf Kohlenhydrate verzichtet. Andere trinken viel Wasser, um den Körper zu entgiften und das Hungergefühl zu reduzieren. Es ist wichtig, genug zu trinken, da Wasser hilft, den Körper zu reinigen und die Haut gesund zu halten. Man kann auch Tee oder ungesüßten Kaffee trinken, um die Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen. Sport und Bewegung. Sport spielt eine wichtige Rolle bei einer Diät. Wenn man sich regelmäßig bewegt, verbrennt man Kalorien und verbessert die Fitness. Man kann verschiedene Sportarten ausprobieren, wie joggen, schwimmen oder Radfahren. Es ist wichtig, eine Aktivität zu finden, die einem Spaß macht, denn das motiviert. Außerdem sollte man mindestens dreimal in der Woche Sport machen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bewegung stärkt nicht nur den Körper, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Geduld und Durchhaltevermögen. Eine Diät braucht Zeit und Geduld. Es ist normal, dass es nicht immer einfach ist und man manchmal in Versuchung gerät. Also, dass man doch vielleicht etwas Süßes bzw. etwas Ungesundes essen möchte. Man sollte nicht aufgeben, wenn es schwer wird. Es ist wichtig, kleine Schritte zu machen und realistische Ziele zu setzen. Wenn man regelmäßig gesund isst und Sport treibt, fühlt man sich besser und sieht auch die Fortschritte. Das Ziel ist ein gesunder Lebensstil, der langfristig zu mehr Energie und Wohlbefinden führt. Ich persönlich habe noch nie eine Diät gemacht. Ich hatte nie Probleme mit meinem Gewicht. Außerdem ernähre ich mich gerne gesund und treibe viel Sport. Wie ist das bei dir? Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Und wenn ja, wie war diese Erfahrung? Gut oder vielleicht nicht so gut? Schreibe es gerne in die Kommentare. Wie ist das mitpunkte? Und wenn man tatsächlich gemacht hat? Du this is right. Und ich denke, bleib. Ich bist drin. Und ich möchte dein Sammos Stone- action wie uns c-f. Ich möchte das mit Witness- dol in deinenom N Dul. Ich möchte manchmal auberotz��전 hören. Ich möchte euch sagen, wenn du das gesinnt wollen. Ich möchte gut dabei bist, bin ich echtIS und es einfach nichtわか Vollund. Ich möchte. dir das mitNS骨 englernirmern kannst du away pro� Ich möchte COME lá. Ich möchte mich nicht única formym äsnüttern werden, Regelmäßig Die Ernährung Sich wohlfühlen Kalorien Aufgeben So, das war es mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Tschüss Jetzt